Hallo ihr Lieben, grüßen Sie mal, Peter, Beziehungscoach. Dann haben wir wieder eine nicht so einfache Frage hier. Wir können uns solche Fragen schicken bei einem Formular auf liebeschiff.de und hier geht es darum, ob man, nachdem man so ein Doppelleben gelebt hat, ob man, ja, ob man sozusagen auf der Täterseite, ob man da das Ganze wieder retten kann. Es ist vielleicht ein bisschen anträgern, die Mail, sage ich mal gleich so. Und es ist nicht so ganz klar, aber es scheint irgendwie ein Mann zu sein. Gut, lieber Christian, mein Name ist Andropulow. Ich bin Anfang 40 und, ja, leitend tätig in einer renommierten Firma in der West-Andalusischen Alpenregion. Die letzten Jahre, also letzten fast zehn Jahre, bin ich in einer sehr guten Beziehung gewesen mit einer gleichartigen Frau, die ich sehr geliebt habe und die alles für mich gemacht hat. Vor ein paar Jahren hat es schleichend angefangen, keine sexuelle Anziehung mehr. Wir haben wie Schwester und Bruder gelebt, was vor allen Dingen von mir aus ging. Sie hat sich dann, obwohl sie mehr wollte, hat sie sich zurückgenommen. Und vor ein paar Jahren habe ich dann über das Internet eine Art sexueller Affäre gesucht und darüber eine Frau kennengelernt, mit der nicht nur das Bettsport stimmte, sondern die ich mich ungeplant schnell verliebte. Sie ist deutlich jünger, Sozialarbeiterin und wusste nichts davon, dass sie in einer Beziehung bin. Ja, also ich kann das nur, also ich finde es nicht gut, sowas zu machen. Sag jetzt mal so, überhaupt nicht gut. Unfair, allen Beteiligten gegenüber, sehr minuspolig. Seine eigenen Bedürfnisse über die Bedürfnisse der Frauen gestellt. Und ja, wenn man mir so irgendwelche Mails schickt, dann sage ich das. Ich finde es nicht gut. Ich meine, wir Menschen, jeder von uns hat schon gewaltige Scheiße gebaut im Leben. Von daher, wie gesagt, ich bin nicht das Bundesmoralministerium. Es ist nicht verboten, was du machst. Aber es ist nicht fair. Genau, also sie ist so 15 Jahre jünger als ich. Da ich mich nicht zwischen den beiden entscheiden konnte, würde ich jahrelang ein Doppellegen. Ja, dass ich immer wieder sage, wenn keiner einen Schlussstrich zieht, können Dreiecke extrem stabil sein. Vor allem die anderen wissen ja gar nichts davon. Von daher wissen die gar nicht, warum das so scheiße läuft irgendwie. Und das hättest nur du machen können. Und dass du dich entscheiden kannst, ja, du wolltest halt beides haben. Du wolltest halt die Höhle haben und den Spaß, ja. Was soll man dazu sagen, ne? Ja. Immer wenn einer von beiden Schluss machte, weil es ungereimt hatten, gab, konnte ich nicht anders. Da hat alles dafür zu tun, um diejenige wieder zurückzuerobern. Ja, das ist das, wenn jetzt die Frauen geschrieben hätten, halt dieses, ja, schon sehr minuspoliges Verhalten, ne? Muss man einfach sagen. Sehr auf deine eigenen Bedürfnisse gemünzt, ne? Nicht sehr empathisch. Ja, entsprechend war beides turbulent und recht stressige Unaufbeziehung. Ja, meine Partnerin in den West-Analusischen Alpen ist inzwischen bei mir ausgezogen. Mit der Jüngeren habe ich eine gemeinsame Wohnung in der Ost-Mongolai. Mein Leben ist dann nur noch aus Lügen und Stress. Zwei Wohnungen, zwei Partnerinnen, zwei Orte, an denen ich hätte zugleich sein müssen. Ja, also siehst man jetzt nach, wenn sich da, ich meine, ich habe ja immer Verständnis für alles, aber ich meine, das hast du ja echt selber inszeniert, ne? Ich meine, da erwartest du jetzt hoffentlich nicht, dass man da jetzt sagt, du Armer oder so. Ich meine, das ist echt selber inszeniert, ne? Aber trotzdem kann man natürlich auch in deiner Position total leiden, ne? Also man leidet, eigentlich leiden immer alle in Dreiecken. Will ich jetzt auch nicht, gar nicht in Abrede stellen. Und auch wunderbar, ist auch wunderbar, wenn Menschen in solchen Situationen wie du hier mir schreiben, ist alles gut. Nun liegt mein Leben in Scherben vor mir und ich weiß nicht recht, wie es weitergehen soll. Aktuell sehe ich die Chance, mit der Jüngeren eventuell retten zu können. Nach angelegentlichem Schweigen und Vorwürfen sucht sie nun meine Nähe, also ich vermute mal, sie ist jetzt im Wilde, und mein Trost. Obwohl dies wohl angesichts der Lagerparadoxe ist, sie ist psychisch phasenweise labil. Hatte vor einigen Jahren hier deutliche psychische Diagnosen. Natürlich hatte die Erkenntnis, übrigens hoffe ich so, dass diese, das habe ich in der Partherapie ganz oft erlebt, dass die affären Frauen irgendwie so instabil waren, ne? Kenne da jetzt aber keine Forschung zu, aber das ist mir mega aufgefallen. Natürlich hat die Erkenntnis meines Doppellebens den Boden unter den Füßen weggezogen. Daher nur mein Anliegen, meine Frage, wie kann ich ihr Vertrauen wiedergewinnen? Und eine tragende Beziehung zu ihr aufbauen und der anderen Partnerin, mit der anderen Partnerin abschließen? Sie will langfristig heiraten, eine Familie gründen. Ich habe bereits zwei Kinder, ist auch egal, ich bin mir unsicher, ob ich ihr das geben kann. Gleichzeitig kann ich es mir allerdings mit ihr irgendwie auch vorstellen. Ja, ich meine, also wenn du drei Jahre ein Doppelding geführt hast, welches? Vertrauen, willst du da wieder aufbauen? Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie es geht, aber ich habe keine Vorstellung. Ich meine, die Menschen können alles vergeben, aber auf welcher Basis? Also ich, da ist ja jetzt, ich sehe in dieser Mail jetzt nicht eine Auseinandersetzung mit deinen Themen. Die müsste dem wohl vorhergehen. Und vor allem, du sagst ja schon selber hier, ich weiß nicht, ob ich das geben kann. Das heißt, du wirst, die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder im Dreieck landest, dass du wieder dieser Frau wehtust, weil du dich nicht entscheiden kannst. Ihr habt ja vorher schon oft gehabt. Ich meine, wenn das so toll gewesen wäre, hätte ich auch schon längst getrennt vermutlich. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du die weiter irgendwie ihr nicht guttust, ich meine, sagst du jetzt mal so, das ist doch enorm groß, oder nicht? Und wäre es doch nicht fairer, zu sagen, hey, wenn es beide Frauen, wenn ich mich für keine entscheiden kann, ist es keine von beiden, wäre das nicht der bessere Weg? Und vielleicht mal die eigenen Themen an geeigneter Stelle, wenn du das willst, aufarbeiten, weil man ganz ehrlich, das ist schon sehr, du drehst dich schon sehr um dich da, ne? Und ich meine, was willst du da retten, wenn du nicht mal weißt, ob du ihr das geben kannst, worum sie wahrscheinlich schon seit Jahren bettelt? Und willst du jemanden, der psychisch instabil ist, willst du mir das antun, dass die wieder durch 10 Off-on-Off-Phase durch muss? Weiß ich nicht, wäre es dann nicht fairer, zu sagen, ich denke mal jetzt an die und ich weiß, das wird ihr nicht guttun, irgendwie, ne? Just saying, vielleicht verstehe ich das ja alles falsch hier, aber als wenn du da nicht absolut sicher bist, dass es das Richtige ist. Dann würde ich fairerweise sagen, ich glaube, das funktioniert hier nicht und wir können hier vielleicht, wenn ihr nicht voneinander loskommt, können wir dann, was schon sehr abhängig wäre, können wir vielleicht sagen, ja, wir haben jetzt hier Freundschaft Plus oder so. Aber das macht, weil wirkt für mich so, dass es da Probleme gibt, so, ne? Es kann man natürlich sagen, letztlich, sie hier im Plus Bowl hat auch ihre Themen, dass sie da keine klaren Grenzen setzt. Das, äh, klar, aber ich finde, also ich finde hier auch, man sollte ein bisschen für andere mitdenken und, äh, wäre zumindest mein Anliegen. Und wenn ich jetzt sehe, ich tue jemandem echt nicht gut, dann würde ich denken, es wäre eigentlich fair, zu sagen, gut, ich könnte jetzt noch, äh, drei Jahre on-off, äh, toxischen Dopamin-Sex mitnehmen mit der, aber dann zu sagen, mache ich nicht, da suche ich mir lieber jemand, ähm, der mich auch handeln kann und der mir auch mal Grenzen setzen kann, wäre das nicht besser? Also, okay, wenn ihr kommentiert, ich weiß, dass bestimmt wieder in ein oder anderen Anträgern kommentiert, soft und, ähm, ja, ergebnisorientiert und so, ähm, aber gut, ich meine, wenn man mir so eine Mail schickt, sage ich, was ich dazu denke, ne? Also, ich wünsche auf jeden Fall dir das Allerbeste und dass du deinen Weg findest, also ich würde dir aber tatsächlich raten, da mal einen Cut zu machen, mal eine Zeit lang Single zu bleiben, mal zu detoxen, äh, mal zu gucken, warum hast du was gemacht, warum kannst du da die Bedürfnisse der anderen Frauen nicht sehen bisher, äh, und dann vielleicht mal einen freshen Neustart zu machen, also anstatt immer wieder an diesen Alten rumzudoktern hier, kann ich nicht empfehlen. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder.